Hey Leute, willkommen zu diesem Part von GTA 5 Online. Ich frage euch jetzt, warum macht ihr auch so eine komische Anmulation? Das ist eigentlich nicht mein Ding, allerdings haben wir gestern drei Stunden aufgenommen und es soll einfach jetzt so sein, dass ich aus diesen drei Stunden vielleicht zwei bis drei Folgen rauskriege, weil wir ein bisschen vorproduzieren müssen. Und ja, dann kann ich halt einfach in diesen drei Stunden nicht genau abschätzen, wann der Part zu Ende ist. Deswegen habe ich einfach drei Stunden aufgenommen und kann dann immer bei 13, 14 Minuten, wie meine Videos ja immer gehen eigentlich, dann einfach aufhören zu schneiden und dann eine kleine Abmod und eine Anmod aufnehmen. Und ja, ich würde sagen, jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ich habe alles geklärt, was zu klären war. Let's go! Also der Plan. Erstens, begibt euch zu IAA-Basis und dringt dort ein. Kämpft euch durch die Gegner, verhindert, dass IAA-Server gehackt werden. Ach, wie soll es verhindern? Trefft euch mit dem befreundeten Agenten, kann man da noch weiter nicht. Ich glaube nicht. Also bei mir auch nicht. Also let's go! Mal im Freunde. Man, Alter. Nur, wie schnell ist es, voll langsach. Aber cool, wir können es damit, ich fahre da jetzt rein und wir kämpfen damit noch. Wir schon bewusst. Hä? Andi? Andreas? Cool. Kann ich dich nicht boxen? Weiß nicht, ich konnte dich vorhin auch nicht boxen. Wir müssen uns gut treffen. Oh, Junge! Hey! Hallo? Rennst du von einem Kampferg oder wird's? Profi? Ja, 잠깐만. Ich kann dich nicht verh Exactly- Aura! Ich kann dich nicht halten. Guck dir, Alter! Hey! Da kommt der Hit. Ich lade ja alles wieder auf. ja alles klar hallo keine unfairen mittel bitte oh man lass mich doch hier nicht auf dein zeugs ein er entweder nein alter dafür golfschläge woher hast du den er hat dort lang ich bin so low-life aber ist egal bock auf bief ich treffe damit gar nicht das ding ist scheiße oh nein richtig niedergeknüppelt einfach was ist eigentlich wenn man eine leiche nochmal absticht währenddessen die polizei neben einem steht das ist doch nicht dass man testen wo man die bullen ich kann wohl leben zwei galaten alter nein die sanitäter ich wusste sanitäter gleich meinem golfschläger eliminieren die wollen ihn wieder beliebt man lasst ich wollte ihm im golfschläger schlagen jetzt läuft er weg der ein alter was passiert hier muss wieder häufiger schlagen wenn ich dies bohren er hat so viel keine bullen bekommen in der rauhre ich mich einfach auf den draufhack er kann ich mal bullen bekommen hallo so wenn man keine sterne bekommen will kommt mal welche und jetzt es ist weil das event läuft vielleicht ja lol lol alter was machen die denn alter was ist hier los ja das verwendet sich hier gerade hier du beitreten mich das bisch ja der krankenwagen fährt genau ins feuer rein der explodiert doch gleich das jawoll michel was machst denn du versteht die sitzung besteht nicht mehr doch die wir stehen hatte ich lade ich noch mal ein warte mal hat man das leder war schon hier irgendwas jetzt ich lade dich noch mal ein ja der nächste krankenwagen kommt ja einladen hier ist man nicht 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 abschießen den krankenwagen nicht abschießen ja er kommt er kommt ich habe dich jetzt noch mal eingeladen kannst du noch mal beitreten ich habe mich mal ein büscher schon noch ein vor Ort was wie seht ihr nicht die eigentlich die ganze Zeit und dann haben wir an das hat immer noch weiter in das ist vorher wechselte aber jetzt bekommen wir sterne weil sie wenn drum ist nein die Leiche brennt sie werden dass er um wir bekommen welche Sterne du bekommst der wichtigste rührende er cool oder die Feuerwehr hat Geld verloren Es explodiert halt alles, weil ich mit Granaten um mich werfe. Kann daran liegen. Oh nein. Nein, das war nicht ich. Nein, das ist eine bodenlose Unterstellung. So, was müssen wir machen? Wir müssen die Gegner ausschalten. Ach, es geht schon los. Schalt die Gegner aus, okay. Let's go. Das richtig Alarm. Nur von vorne kann sein. Alter, die schießen schon, die schießen schon. Wie verrückt. Echt? Bisschen aufpassen jetzt. Ja, wollt ihr vielleicht auch mal irgendwie vor? Ja, ich schieß schon, ich hab schon eingekillt, Junge. Einen Kill. Ja, ich hab mir jetzt auch an meinen PC gesetzt. Da kommt irgendwas, begibt sich zu AI, aber es ist genau okay. Oh shit. Ganz, ganz am reinstecken. Ganz entspannt. Ganz chillig. Ein Fahrstück. Ja. Ja. Das ist cool. Ich mag den. Äh, Alter. Boah, ich hab richtig Bock auf Schrotflinte. Alter, sind da viele. Alter, die sterben ja voll schwer, Alter. Ist so. Ihr müsst Headshots machen. Ja, ich bin aber nicht so gut in GTA auf Kopf zu ziehen. Ihr müsst richtig aufpassen. Wir dürfen nicht sterben. Wir haben Zeit. Wir müssen nicht so fordern wie der Flo. Oh mein Gott. Nicht vorrennen. Ganz entspannt. Ich bin tot. Ja, du bleib doch hinten. Warum rennst du für den Flo? Ich muss warten. Ich muss warten. Die sind unten. Du rennst schon wieder vor. Ich weiß. Und wo schießen die, Mann? Ich bin fast tot. Please remain in the safe zone. In top. Irgendjemand ist gestorben. Ja, der ist so, weil er die ganze Zeit vorgibt. Ja, ich. Headshot. Alles klar. Alles klar. Wir könnten auch Gras wegbringen. Oder... Easy Pistol Kill. Komm schon. Nein. Oh, du warst aber auch fast zu weit, oder? Nein. Ich hab' nur so ein Pfitzchen. Was, ich muss die Pistole dann ins Fälle. Nein. BATZ! Jetzt hab' ich aber keine Vorlesung. Ja, ich hab' zwei Sterne gepuls. Jetzt warte doch mal, mein Mann. Ja, der... Was doch gesagt, du bist viel schneller als vier. Junge, was machst du? Ich hab' auch ne' Abkitzung. Der, 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 der. Nicht nered? Alter hat's ihn weggefetzt. Alter hat's ihn einen weggefetzt. Ja, komm, geh' vor. Okay, ganz ruhig, ganz langsam. schnell 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 jetzt ja da muss egal weiter 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 an dem vorbei vorbei das ist nicht schlimm war schon auf der höhe dass er easy durch schießen konnte war da warte aufpassen da steht einer links 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 ok erklärt kvv vor 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 gehen und links runter lassen nicht mal dass nicht vor ja vor mit dir ja ja las den flot durch okay wir bleiben muss ja allein reihenhaus sag wenn du hilfe brauchst zieh dich zurück sie sich zurück und sag wenn wir nachrücken können ich lass die tür auch frei so dass du rein kann und wie ist es da drin tot alles klar dann gehe ich rein also hier rechts wir müssen dann ja geht das was ich wieder vor ja die ersten waffen es kann ich sehe keine mehr auf dem auge die kommt von hinten und hinten und von unten ja achtung du kannst wieder minimal alter was machst du denn kein scheiß jetzt machen kein scheiß soll der flug ziehe ich zurück wenn es nicht geht macht keinen scheiß nur nice scheiß hier bleibt man in deckung wenn du kannst auch kurz in deckung bleiben machen hier eine waffe ist zwar stark nur noch einer weiß noch einer keiner frei sind noch mehr im anmarsch ich bin ja eh das geht wohl müssen wir weiter wieder auch weiter und wollen müssen wir hier weiter hier oben oben sicher oder euch einer runter glaube ich da ja da ist einer oh gott ok geht's hier nicht weiter wo müssen wir hin folgt dem aber passen gehen nein das geht doch safe und da kommt einer deine jetzt nicht weiter geht's hier nicht weiter muss doch oben das wegen zeichern nach oben der feier tatsächlich zeigt er nicht immer nach oben da ist jetzt ein ziel zu hause wo ist dann hier einer ah hier am boden ja ich hab den ein bisschen angehört ok warte warte ist nicht tot hier müssen wir rein anscheinend ist hier keiner mehr ok ok jeder muss ein ding jetzt jeder eine ich kann doch nicht dann der kommt hör auf zu labern jungen ihr müsst ihr müsst am stuhl hin am stuhl hin ich bin drin ja jetzt geschützt okay ihr müsst da ja ist okay das machen wir hoffentlich hin wir müssen abwanderung hoffentlich hin das wird jetzt nicht ganz so schwer sein denke ich ach du scheiß kommen da viele ist ja geil wenn ich hierher und jetzt ist schützt abzufeuern was Maschinen gewährt haben zu so gut er cool ja rechtsklick ist Maschinen gewährt er ist sicher ist jeder macht er die Fans geht schon was was alles voll cool was ist geiler steht ich treffe nicht ganz so viele weil ich die nicht sehe aber kein Problem irgendwo fährt noch so ein fetter okay jetzt hat er erfreulich schon wieder schon noch an der weg aber sie standen ich stehe nicht mehr auf holen bei jetzt es hat auch der bilder der lüge alter r leule genau deshalb schaue ich keine talkshows höre auf zu reden gibt mir das geld und lass mich gehen bestanden wir haben es endlich geschafft mein lieben Freunde ich habe nur Silber das ist traurig aber easy das ist egal möglicher Verdienst 812.000 tatsächlicher Verdienst 203.000 und ich würde sagen das ist schon ziemlich ziemlich viel Bonus für das erste Mal auch noch bekommen perfekt 253.000 Beitritt zur Sitzung ist ein Phil aufgetreten nice scheiß so Leute das war es auch schon mit diesem Video die Abmod ist natürlich auch im gleichen Layout wie die Anmod und das werdet ihr in den nächsten Videos von GTA weiterhin auch noch sehen weil wir wie gesagt vorproziert haben ich hoffe der Part hat euch gefallen lasst die Wertung da schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei in der Videobeschreibung verlinkt bis dahin haut rein und ciao ciao